Herzlich willkommen bei Ultra Wrestling, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Themen Pro Wrestling, Sport und Unterhaltung. Nur hier gibt es die heißesten Hintergrundinformationen aus der Welt des Showgeschäfts und jede Menge Fakten aus der Industrie der Sterne. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den deutschen Pro Wrestler Slinky. Oh Mann, ich hätte echt kacken gehen sollen, bevor ich diesen Podcast mache. Wie auch immer, mein Name ist Slinky, ihr hört meinen Podcast Ultra Wrestling und heute ist der 25. März 2023. Podcast Ultra Wrestling wird gesponsert von Saber. Saber ist die dezentrale Tauschbörse für Stablecoins im Solana Ökosystem. Wenn ihr dezentral Stablecoins tauschen wollt, dann geht auf Saber.so und tauscht da preiswert eure Stablecoins. Mein heutiges Thema handelt von Motivation im Pro Wrestling, wie sich Pro Wrestler tatsächlich motivieren. Und ich kann euch da eine ganz miese Geschichte erzählen, die aber ein glückliches Ende hatte. Genau, zu Anfang meiner Wrestling-Zeit, da habe ich gegen einen Typen gekämpft und während des Matches gab es einen Unfall im Ring. Also nichts absichtlich oder so, sondern mir hat da einfach ein Typ in die Fresse getreten und ich habe dann vier Zähne verloren. Ich hatte einen fetten Riss in meinen Unterkiefer und so bin ich dann von dem Match nach Hause gekommen und saß total, naja, deprimiert nicht, aber niedergeschlagen zu Hause und wusste nicht mehr weiter. Und ich dachte so, alles ist aus, guck mal, wie ich aussehe. Meine Fresse sieht aus wie, weiß nicht, krass. Ja, und in dem Moment, da hilft halt nur eins weiter. Also dir hilft da kein Rumjammern. Also alles, was du irgendwie verbreitest, anderen Menschen erzählst, das nützt ja nichts. Also was soll irgendein anderer tun? Die einzige Möglichkeit ist da zum Arzt zu gehen, aber das war ja Wochenende so und da gab es halt keinen Arzt. Das heißt, ich musste, ich glaube, zwei Tage oder so warten und dann musste ja auch erst einen Termin ausmachen. Und ich hatte natürlich krasse Schmerzen. Und eine Sache ist, ich nehme halt sehr wenig Medikamente. Das heißt, Schmerzmittel bloß, wenn es unbedingt nötig ist. Und ich hatte da tatsächlich keine Schmerztabletten zu Hause und wollte das auch eventuell nicht nehmen. Jedenfalls waren die Schmerzen aber unerträglich und weiß nicht, vielleicht ein Junkie oder so hätte sich gedacht, krass, schmeiße ich mal was ein oder nehme irgendwelche anderen Drogen. Aber das gab es nicht. Und wie gesagt, also ich saß halt zu Hause mit Megaschmerzen und ja, hatte nichts, um irgendwie die Schmerzen loszuwerden und konnte noch nicht behandelt werden. Und das war schrecklich. Und wie habe ich mich da motiviert? Und so, ich war halt total kaputt und niedergeschlagen und ich dachte, die Welt geht unter und nichts geht mehr weiter. Meine Wrestling-Zeit, die gerade angefangen hatte, wäre total zu Ende. Und ja, da saß ich nun ganz alleine und ich musste mich irgendwie ablenken. Und ich habe dann einfach Wrestling-Dokumentationen geschaut und Wrestling-Matches. Und ich habe ganz viel von Glenn Jacobs auch gesehen. Aber das war nicht alles. Also ich habe mich echt scheiße gefühlt und ja, ich muss mich irgendwie ablenken. Und dann habe ich irgendwie, gibt es eine Möglichkeit, alternativ meine Schmerzen loszuwerden. Und dann habe ich auch nach Scheiße gegoogelt. Also wirklich Scheiße, weil es mir Scheiße ging. Und auf jeden Fall bin ich darauf gestoßen, dass es eine Droge in Afrika Anfang der 90er Jahre gab. Also eine Modedroge, die halt in Afrika sehr viele konsumiert haben. Und die hieß Jenkim. Und Jenkim war im Grunde nichts anderes, dass die Afrikaner halt in eine Tüte geschissen haben. Und dann haben sie nochmal in eine Tüte geschissen. Und dann ist das Ganze verwest oder fermentiert oder was auch immer. Oder war schon fermentiert. Und dann haben sie sich die Tüte an die Fresse gehalten. Und haben dann die Gase inhaliert. Also das ging so weit, dass die sogar Scheiße an den Zähnen kleben hatten. Weil sie sich die Tüte voll in die Fresse gedrückt haben mit der verfaulten Scheiße da drin. Und davon sind die high geworden. Und da musste ich furchtbar lachen. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ja. Also wir stellen uns das mal vor. Da sitzt so ein kleiner, abgewrackter Junkie in seiner Wohnung. Und ihm fallen die Zähne aus der Fresse. Und er hat halt noch so Scheiße an seinen restlichen Zähnen kleben. Weil er sich high macht mit der Kacke in der Plastiktüte. Und er geht halt zum Zahnarzt, um seine Zähne machen zu lassen. Und dann ist er beim Zahnarzt. Und wir stellen uns das mal vor. Ich glaube, das funktioniert besser auf Englisch. Wir stellen uns das mal einfach vor. Doktor, Doktor, can you fix my teeth? Yes, my son. Doktor, but I feel so dizzy. Why my son? Doktor, Doktor, it's why. Doktor, I suck drinking. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ja, und das war tatsächlich dann meine Motivation, um weiterzumachen mit dem Wrestling. Und ich habe dann die Schmerzen ertragen. Und bin dann, ich glaube, das war ein Dienstag. Also das waren tatsächlich zweieinhalb Tage oder so, wo ich richtig miese Schmerzen hatte. Dann war ich da beim Zahnarzt. Zahnarzt und dann bei einem Kieferchirurgen. Und das musste alles gemacht werden. Und das war mega scheiße. Ja. Und ich habe aber diese Dokumentation über Glenn Jacobs und dann ganz viele Glenn Jacobs Matches gesehen. Und die wahre Motivation war, dieser Mann ist echt durch Scheiße gegangen. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich saß halt da bloß zwei Tage und habe ein bisschen Schmerzen ertragen. Und dann ging es ja wieder. Aber er ist halt jahrelang getestet worden, ob er in diesem Wrestling-Geschäft sein will. Und für mich war das dann ein Riesenvorbild. Also ihr müsst euch vorstellen. Zuerst war er, ich glaube, Unabomb. Das war ganz cool. Ich weiß nicht. Also ich würde mich nicht mit so einem Charakter, den Unabomber, irgendwie identifizieren. Aber noch war das ganz cool. Aber dann haben sie Christmas-Monster aus ihm gemacht. Also ein großer, riesiger Typ mit voll den Muskeln. Aber gleichzeitig haben sie ihn geschmückt wie so ein Weihnachtsbaum. Ja, ich, also da kann man schon dann auch ein bisschen verzweifeln, wenn man im Wrestling-Ring steht und so viel investiert hat. Und dann wird es nicht ganz ernst genommen. Und danach ist er tatsächlich, ich denke, zur WCW gegangen. Und da gab es einen CWA-Wrestler, der hieß Bruiser Mastino. Und der ist dann später, also auch Anfang der 90er, wurde er zu Mentor, so ein Typ, der im Bullenkostüm oder Kuhkostüm gesagt hat. Und dann haben sie ihn tatsächlich bei der WCW, also der Konkurrenzliga, in der Mentor angetreten ist, haben sie ihn Bruiser Mastino genannt und haben ihn dann machen lassen. Sicherlich auch eine unangenehme Sache. Und in meinem Kopf hat sich das so alles zusammengefügt. Also mir war das auch mit dem Jenkin nie vorher bekannt. Und ich fand es super witzig. Aber andererseits ist da mein Respekt gewachsen oder meine Anerkennung ist gewachsen gegenüber Glenn Jacobs. Und danach, als er in WWE kam, haben sie halt dieses Dr. Isaac Jenkins-Gimmick gemacht, was halt eigentlich ganz cool war. Aber der Typ war halt ein Zahnarzt und ich glaube, er hatte ein Programm mit Jerry Lawler. Ich bin mir gerade nicht sicher, was halt auch cool war. Aber irgendwie war das jetzt nicht so der Durchbruch. Und ja, dann haben sie ihn einfach zu Diesel, der dann in die Konkurrenzliga gewechselt ist. Also Keynes oder Glenn Jacobs ist halt in die WWF gewechselt und Diesel in die WCW. Und dann haben sie wieder so ein Mock-up gemacht von Diesel. Und zwar wurde er dann Fake Diesel. Ja, also das war jetzt sicherlich auch nicht so prickelnd für die eigene Karriere. Aber er hat halt weitergemacht und weitergemacht. Und dann gab es halt in der WWF diesen Kane, The Undertaker. Und es gab halt, ich glaube, Hans Schröder, ich bin mir nicht sicher, war halt der Undertaker schon zuvor. Und dann gab es halt ein Take-Team, The Undertaker. Und dann gab es halt diesen coolen Undertaker. Und dann gab es halt wieder so eine Art Mock-up, dass Kane, der Bruder des Undertakers. Und hier war das das erste Mal so richtig krass cool. Und dieser Charakter ist dann einfach rübergekommen. Und dann hat Glenn Jacobs einen Riesensprung in seiner Karriere gemacht. Und ist dann zu dem geworden, den wir kennen ganz einfach und lieben Kane. Und ja, krass und Riesenrespekt, eine ganz große Anerkennung an Glenn Jacobs. Also durch was er alles für scheiße gegangen ist. Oder also ich nehme es an so. Aber er hat halt einfach weitergemacht. Und für mich war das eine riesige Motivation. Ja, und so habe ich weitergemacht mit meinem Wrestling-Leben. Und ja, war eine schmerzhafte Zeit. Aber ich habe es überstanden. Und ich denke, wenn du in so eine Situation kommst, dann kannst du auch einfach dir Vorbilder suchen. Und sehen, wie Menschen es vor dir gemacht haben. Und kannst durchhalten. Also wir werden nicht überleben. Also niemand überlebt. Aber eine gute Zeit kannst du haben, ja. Und ich war im Hi-as-Fuck-Podcast. Also ein englischsprachiger Podcast aus den USA. Und wollte diese Geschichte erzählen. Aber wir hatten da eine Menge technischer Probleme. Also wir haben dann schließlich telefoniert. Und das war sehr schwierig. Also ich habe da tatsächlich nichts von meinem Gegenüber gehört. Und ja, dann konnte ich diese Geschichte nicht richtig erzählen. Also Props gehen raus an Glenn Jacobs, Kane. Ja, coole Sache, dass er durchgehalten hat. Ich glaube, er ist jetzt Bürgermeister. Krass, krass. Ja. Wie gesagt, dieser Podcast wird gesponsert von Saber. Saber ist die dezentrale Tauschbörse für Stablecoins im Solana-Ökosystem. Wenn ihr Stablecoins tauschen wollt, sehr preiswert, dann geht einfach auf saber.so und tauscht da eure Stablecoins. Viel Spaß und wir hören uns wieder.